Was geht, Rocket Leech, seit langem mal wieder und wir spielen Ranked. Ich wollte eigentlich eben schon Ranked spielen und habe einige schon erklärt, aber da hat sich kein Spiel gefunden. Dann muss ich jetzt so starten. Und ich hoffe, die Musik ist nicht so leise, weil bei OBS ist sie schon auf und mir trönt sie den ganzen Kopf her voll. Was tut der? Noch abstauben. Ja, ich wollte eigentlich noch das Thema anfragen, Baum ist, solange gar nichts gekommen ist. Und ja, ich hatte wirklich gar keine Lust und auch gefühlt gar keine Zeit zum was aufnehmen. Darum, jetzt habe ich, wie gesagt, Urlaub. Also habe ich Zeit. Hübsch geschossen. Also ich habe 30 Punkte und die anderen übertreiben schon wieder. Natürlich auch ultra nett wieder. Hey, das gibt schon wieder einen Tor, können die nicht aufgeben? Ja. Also ich will jetzt nicht irgendwie eine kurze Runde einhauen, aber... Wenn die so weitermachen, dann haben wir Insign gewonnen. Ja, das war da eigentlich der einzige Grund, warum so lange nichts gekommen ist. Und heute kam... Ja, GTA, Schnee, Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, werde ich morgen streamen oder werde ich eine lange Aufnahme machen? Das war kacke von mir, ich weiß. Was macht der Hohen? Bisschen zu hoch, ja. Leider, der passt aber auch ein bisschen auf, wie er schießt, oder? Was für eine Parade, ernsthaft? Ja, ich weiß, ich war gerade auch nicht gut, aber... Leider, verkackt jetzt nicht noch das 3 zu 0 zum 3 zu 1. Ja, ich weiß, was ich schießt, was... Was ist jetzt schon so? Ich dachte schon, er geht jetzt vorbei. Ja, ich habe gar nicht mal viel zu bereden, weil es war nie viel los. Und ja, jetzt auf jeden Fall eine Woche Urlaub. Hübsche Parade, du Pisser. Gottes. Go fuck yourself, du blöder Flamer. Ich kriegst gar nichts hin. Was tust du? Gott, Leute, seid ihr kacke, warum? Warum seid ihr so... Ja, ich weiß, ich habe nur 280 Punkte, aber ihr seid noch beschissener, sehe ich. Was ein Tor. Ich hatte keinen Plan, wie ich den aufschrauben sollte, ganz ehrlich. Ich wollte unbedingt, aber... Ging irgendwie nicht. Was hat der Gegner getan? Als ob das so ein Tor gibt. Was hat der Gegner getan? Ach man, ich wollte ihn noch abstochen. Wer hat der denn geschossen? Eins muss man an denen lassen, die geben nicht auf. Was für Tore. Was hat der Gegner getan? Was hat der Gegner getan? Haha. ich steige auch nie auf, ich steige nur auf wenn ich verliere, aber ich hoffe das hat euch mal wieder gefallen und ja, mal wieder Rocket Lead, ich weiß nicht wie das ankommt, von daher, ich versuch's einfach. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, die Musik war eindeutig zu leise, ich hab's gerade bemerkt. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.